Herzlich Willkommen zurück zu Clockwork Tales. Teil Nummer 10 oder so. Wir haben hier Salpita. Check. Ich brauche noch Kohle und Schwefel und hier steht ein Rezept und so weiter. Haben wir alles nicht. Schrank ist zu, Säure ist zu. Zurück. Das hatten wir aber vielleicht brauchen wir die Kohle doch noch für irgendwas. Hier haben wir alles. Rubin. So etwas würde ich auch in meinem eigenen Schloss gerne haben. Eines Tages vielleicht. Jo. Weil du ja auch ein Schloss hast. Und ich habe nichts dazu bekommen. Das hilft uns ja gar nichts weiter. Oh doch. Achso das versteckte Zimmer. Ja da müssen wir was tun. In der Küche müssen wir was tun. Und im Salon? Ja. Ach. Jetzt wissen wir wonach wir suchen müssen. Deswegen geht es hier weiter. Juhu. Ein Wimmelbildspiel. Ein Würfel mit sechs Punkten. Na das war ja toll. Perlenarmbad. Kamelstück. Also ich kenne ein Kamel und ich kenne Kaffee oder so oder Kuchenstück. Aber was ein Kamelstück ist, weiß ich nicht. Aber ich habe einen Orden gefunden. Und eine Pfeife. Und eine Lupe. Also hier ist auch ein Schlüssel. Für. Ah. Für die Lupe. Komm hier. Steinten nehmen wir auch alle mit. Schwefel. Sanduhr. Hunde. Guck mal das ist Schwefel. Super. Schwefel. Sanduhr. Hunde. Fliegerbrille. 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 Bernstein. Steinsalz. Ja. Mal gucken was ein Kamelstück ist. Da lernen wir heute noch was. Ah das ist ein Kamelstück. Tada. Du hast etwas nützliches gefunden. Schwefel. Schwefel. Mit so Schwefel. Geben wir in so Versteck. Und rezeptuieren ein wenig. Und wahrscheinlich reicht das wieder nicht. Salpeter. Check. Also das scheint Salpeter zu sein. Schwefel. Check. Ich brauche noch Kohle. Oh. Kohle. Da ist Kohle. Ich verarsche. Da ist ein Ofen. Ach ne. Warte mal. Wir hatten ja. Hier haben wir Kohle. Wie haben wir das denn beim letzten Mal genommen? Einen Topf oder sowas. Küche. Robensalon. Kannst du das Ding jetzt nehmen hier? Da kannst du dir nämlich was reintun. Keule. Küche. Ja. Siehste. Aha. Wusste ich doch. Einen Topf werden wir jetzt gleich kriegen. Ähm. Gucken sie ja. Wahrscheinlich müssen wir mit einer Flasche aufmachen. La 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 la. Da ist eine. Klopp. Und jetzt? Offene Weinflasche. Sehr schön. Handmixer. Wer kennt die noch? Mütze. Da. Olivia. Und die wenn. Äh. Warum wuckelt der denn jetzt hier so? Ardenoliven. Auf dem Bild. D. Pilze und Topf. Getrocknete Pilze. Und welcher Topf leuchtet hier? Komm. Welcher Topf? Der Topf. Ölkanne. Da. Fürs Auto wahrscheinlich. Zwiebeln. Chilischoten. Ach so. Und die sahen immer aus wie so ein getrockneter Oktopus. Honiglöffel. Ähm. Mit Honig wahrscheinlich. Wie? Also Honig ist lecker, ne? Aber klebt der wie Hubbrenn. Honiglöffel. Gemahlener Pfeffer. Wahrscheinlich Käse. Das ist ein Glas. Hier ist Pfeffer. Das ist die Mühle. Und das legen wir einfach daneben. Und haben dann ein Knäuel gemahlenen Pfeffer. Tada. Du hast etwas Nützliches gefunden. Eine leere Ölkanne. Und du? Verstecktes Zimmer. Küche. Ja, wir sind noch nicht fertig wegen diesem Ding hier. Ja, natürlich versuchen wir was anderes. Ja, klar. Jetzt machen wir mal Ölkanne. Okay, wir sind noch nicht weiter. Karte. Können wir die Ölkanne irgendwie abstellen? Nö. Können wir nicht. Die brauchen wir vielleicht für die Säure. Das heißt, wir haben schon wieder irgendwas. Übersehen. Ne, warte mal. Irgendwas. Ja. Halt. Das war doch rustig. Ey, jetzt habe ich mal eine echte Idee. Und dann sowas hier, ne? Wo gibt es denn Öl? In der Küche, ne? Hier ja wohl nicht. Küche. Hier ist auch kein Öl gewesen, ne? Dazu. Da muss die Säure nachher hin. Hm. Ne, das ist es nicht. Hm. Verlies war auch kein Öl. Zum Verlies. Ist ja ein Blödsinn. Brauchen wir gar nicht hin. Hier irgendwo. Öl. Ich sollte es mit Öl befüllen. Ich glaube, du wirst mich verkackern, ey. Hier war nichts mit Öl, ne? Nö. Hier ist schwarze Pulver benötigt. Höhen. Höhen. Hebel. Hebel. Bringt uns auch immer noch nicht weiter. Hat sich immer noch nichts verändert. Mann, 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 Mann. Hm. Ist aus wie bei Amnesia hier, ne? Öl. Öl steht wahrscheinlich hier drin, hm, tja, wieso sollte ich das wieder ausmachen? Was? Das ist der Hebel, hätte ja auch ausgehen können, da kommt doch keiner drauf, Leute. Ich reiß doch nicht den Hebel ab, der mir vorher Licht gegeben hat. Na klar. Führe das Juwel durch das Labyrinth. Hallo. So, fährt es an einem Zahnrad entlang, so drehen sich die Teile des Labyrinths und öffnen neue Pfade. Ach so, na herzlichen Glückwunsch. Wäre ja auch zu einfach. Ach so, und da müssen wir hin. Das geht natürlich nicht, aber dann würde es sich drehen, was uns nichts gebracht hat. Okay, also, ach da ist ja noch eine Außenstrecke. Eine Außenstrecke. Hm. 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 wir gar nicht lang. Scheiße. Jetzt aber. Komisch. Hab so was schwerer in Erinnerung. Wie pathetisch. Und seit wann kann man auch einen Kronleuchter verschieben? So, jetzt sind wir hier durch. Sie sehen mich zwar nicht, aber ich sollte trotzdem vorsichtig sein. Natürlich. So, das heißt, das haben wir jetzt durch. Ne, noch nicht ganz. Ich vermute, da müssen wir noch mal den Hill oder so betätigen. So, jetzt habe ich aber immer noch nicht. Also, ich meine, der Kronleuchter hängt genau über den Wächtern. Wie kann ich die Kette durchtrennen? Wahrscheinlich mit dem Gewehr, mit dem wir schießen müssen. Dafür brauchen wir nur Schwarzpulver, was wir nicht haben. Ja, nur noch Küche, ne? So ein Quatsch. Das Feuer lodert. Ich könnte mir einen Tee machen. Ölkanne hier. Können wir die da raufstellen? Nein. Auch nicht. Schade. Ah, warte mal. Ich könnte. Na, endlich. Ich habe was Nützliches gefunden. Was? Wie? Eine volle Feldflasche. Die habe ich selber voll gemacht, du Dödel. So, jetzt brauche ich einen langen, gebogenen Gegenstand, der dazwischen passt. Jetzt habe ich das Wasser jetzt abgesenkt? Ne. So, wofür brauche ich denn jetzt das Wasser? Jetzt sagt nichts, es kommt in die Ölkanne. Nein, kommt es nicht. Ich lösche jetzt mit dem Wasser das Feuer. Und dann habe ich Kohle. Aha. Und natürlich ist die mit verbrannt. Und wir nehmen auch nur ein Stück Kohle. Naja. So. Wir folgen das Rezept, um Schwarzpulver herzustellen. Ein Mörser. Darin könnte ich Schwefel zerreiben. Ja. Bitteschön. Block, 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 block. So. Dreimal A, zweimal B, fünfmal C. Puh. So. Kohle da rein. Wie auch immer das. Wahrscheinlich jetzt Katalysator oder so. Oder wie war das? Rödel, ne. Rödel, rödel, rödel. Dreimal A. Okay. Eins, zwei, drei. So. B zerstoßen. Zweimal B. Eins, zwei. Fünfmal C. So. C ist das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Aha. Ja. Hm. 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 Okay. Bestanden. Rezept für Schwarzpulver. Jetzt. Geht doch. Geht doch. Ich kann es mit meinen Händen nicht transportieren. Nein, nimm doch das leere Füllhorn. Du hast etwas Nützliches gefunden. Schießpulver. So. Back to the Dings. Hier. Jo. Jetzt kriegen wir da Wummel mit. Endlich mal was ordentliches. Und das im Wimmelbild spielen. Ich gehe am Stock. Jetzt machen wir nämlich folgendes. Dann sag mir bitte, dass das richtig ist. Juhu. Werde die Golemwächter los. Wir haben auch gar keinen Krach gemacht. So. Was passiert doch jetzt wieder? Oder? 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 So. Keine Aufgaben mehr. Ziele. Werde die Golemwächter los. So. Barbar ist nach unten. Blablabla. Anhängerschlüssel. Och. Das machen wir. Aber liebe Freunde. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.